Die ukrainischen Kämpfer fügen dem Feind seit Monaten in koordinierter Weise massive Zerstörungen zu. Wie wir wissen, verließen sich die russischen Angreifer in hohem Maße auf das Fehlen von Frostbeulen. Doch die tapferen ukrainischen Kämpfer haben dieses Vertrauen des Feindes zunehmend erschüttert. Vor allem rund um die Krim haben die ukrainischen Kämpfer dem Feind einen vernichtenden Schlag versetzt. Und heute fügten ukrainische Kämpfer dem Feind eine unvergessliche Zerstörung zu. Die Ukraine meldete die Zerstörung eines russischen Schiffes durch einen Unterwasserdrohnenangriff vor der Krim. Der militärische Geheimdienst veröffentlichte ein Nachtvideo, das den Untergang des Raketenschiffs Ivano-West zeigt, wie es heißt. Werfen wir einen Blick auf die Details der Operation. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben Marine-Drohnen eingesetzt, um ein russisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer nahe der von Russland annektierten Halbinsel-Krim anzugreifen und zu zerstören. Der militärische Nackrichtendienst, der unter dem ukrainischen Kürzel-Gur bekannt ist, veröffentlicht ein Video, das nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf die mit Raketenbestückte Korvette Ivano-West in der Nacht zuvor zeigt. Das körnige, etwa 2,5 Minuten lange und mit dramatischer Musik unterlegte Material zeigt eine Reihe von Explosionen und das Umkippen des Schiffes. Am Ende sinkt das Schiff rückwärts ins Meer. Der Geheimdienst gab die folgende Erklärung ab. Infolge einer Reihe von Volltreffern auf den Rumpf wurde das russische Schiff so beschädigt, dass es sich nicht mehr bewegen konnte. Nach Angaben der GUR wurde der Angriff von einer Einheit der Gruppe 13 durchgeführt, als die Ivanović auf dem Donoslav See im Westen der Krim patrouillierte. Der See wurde 1961 durch einen Kanal mit dem Schwarzen Meer verbunden. Russland, dessen Schwarzmeerflotte schon früher von der Ukraine angegriffen wurde, insbesondere nach der Versenkung seines Flaggschiffs Moskau im April 2022, hat bisher nicht offiziell reagiert. Bei dieser Gelegenheit räumte Moskau schließlich den Verlust des Schiffes ein und erklärte, die Moskau sei gesunken, als sie in den Hafen geschleppt wurde. Nachdem eine Munitionsexplosion ein Feuer verursacht hatte. Die Ukraine erklärte, sie habe das aus der Sowjet-Ära stammende Schiff mit einem Marschflugkörper versenkt. Die Darstellung der Ukraine wurde von den Vereinigten Staaten unterstützt. Russische Militärblogger berichteten, dass das Gebiet über Nacht von Marine-Drohnen angegriffen und die Ivanović abgeschossen worden sei. Desinformation ist zu einem Hauptmerkmal des Krieges geworden, der sich am 24. Februar zum zweiten Mal jährt. Nach Angaben der privaten Sicherheitsfirma Ambrey setzte die Ukraine bei dem Angriff bis zu sechs Wasserflugzeuge ein, die in der Regel jeweils 300 Kilogramm Sprengstoff an Bord haben. Ein westlicher Beamter äußerte sich ebenfalls zur Unterstützung des ukrainischen Militärs. Er sagte, für den Angriff auf Ivanović seien höchstwahrscheinlich unbemannte Überwasserschiffe verantwortlich. Der Beamte sprach unter der Bedingung der Anonymität, um die Geheimdienstinformationen zu erörtern. Welche Bedeutung hat dieser Angriff nun für die Ukraine? Die ukrainische Marine hat erklärt, dass der Wehrlost, der Ivanović, die eine Besatzung von etwa 40 Seeleuten haben soll, von großer Bedeutung ist, da die russische Schwarzmeerflotte nur über drei Schiffe derselben Klasse verfügt. Wie wir gesehen haben, wird die Krim, die 2014 von Moskau erobert und annektiert wurde, zunehmend von ukrainischen Drohnen und Raketen angegriffen. Der Kampf der ukrainischen Kämpfer wird in vollem Umfang weitergehen, bis sich der Feind vollständig zurückzieht. Infolge all dieser Verluste hat Russland ungeplante Angriffe gestartet, um seinem Ärger Luft zu machen. Die regionale Militärverwaltung meldete, dass russische Streitkräfte Gebiete entlang der Grenze zu Sumi im Nordosten der Ukraine beschossen haben. Offizielle Stellen gaben auf Telegram bekannt, dass russische Streitkräfte die Region Sumi in 16 separaten Angriffen beschossen und dabei die Grenzgemeinden Yunakivka, Bilopilia, Krasnopilia, Velika-Pysarivka und Esman unter Beschuss nahmen. Bei den Angriffen der russischen Angreifer gab es keine Verletzten und keine Schäden an der Infrastruktur. Die Russen legten in dem Gebiet vier Minen. Sumi, das auf zwei Seiten an Russland grenzt, wird häufig von russischem Beschuss heimgesucht. Dank der Bemühungen der Selbstverteidigungskräfte von Sumi und der Einwohner innerhalb und außerhalb der Stadt gelang es den russischen Streitkräften jedoch nicht, die Stadt erfolgreich einzukesseln. Später am Tag versetzten ukrainische Kampfflugzeuge den russischen Angreifern einen weiteren schweren Schlag. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Yuri Inat, bestätigte, dass mindestens drei russische Militärflugzeuge auf dem Militärflugplatz Belbek bei Sevastopol beschädigt wurden. Eine ukrainische Militärquelle erklärte, die Ukraine habe den Flugplatz erst vor wenigen Tagen mit Scalpstorm-Shadow-Langstrecken-Marschflugkörpern angegriffen. Inat bestätigte, dass die Beschädigung der Flugzeuge bei dem Angriff auch zu Opfern unter den russischen Militärangehörigen führte. Als Reaktion auf den Angriff behauptete das russische Verteidigungsministerium, dass auf dem Flugplatz Belbek keine Flugzeuge beschädigt worden seien und dass es alle Raketen, die in Richtung Krim flogen, abgeschossen habe. Inat bestritt die Behauptungen Russlands. Nach all dem wurden die Dinge in Russland immer komplizierter. Russische Militärblogger haben prominente Kreml-Propagandisten als Verräter und Verräterinnen gebranntmarkt. Neulich bestand ein Militärblogger darauf, dass diejenigen, die auf die Nachricht reagierten, dass ein russischer Panzerangriff von ukrainischen FPV-Drohnen zerstört wurde, wahre Patrioten seien, und stellte die Frage, wie ist das möglich? Der russische Militärblogger warf den Propagandisten war, den gescheiterten Angriff herunterzuspielen, und betonte, dass das russische Militär gut gerüstet sei, um Bedrohungen wie korrupte Kreaturen, Verräter und Verräter abzuwehren. Die Diskussion bezog sich auf einen russischen Panzerangriff Anfang der Woche auf Stellungen der ukrainischen 72-mechanisierten Infanteriebrigade in der Nähe der Donbass-Stadt Novomykailivka. ukrainisches Filmmaterial, das einen Tag nach dem Angriff veröffentlicht wurde, zeigt mindestens zwölf russische gepanzerte Fahrzeuge, darunter drei Panzer, die in einer gut abgegrenzten Kolonne vorrücken, bevor sie wiederholt von ukrainischen Kamikaze-Drohnen angegriffen werden. Die meisten der gezeigten Treffer zeigen eine leichte Quadrocopter-Drohne mit einer unter dem Fluggerät befestigten Panzerabwehrgranate, RPG, aus der Sowjetzeit, die die relativ dünne Seiten- oder Heckpanzerung russischer T-74-Panzer oder gepanzerter MTLB-Mannschaftswagen trifft. Russische Fahrzeuge sind mit Drohnenschutzschilden ausgestattet, aber ukrainische Flugzeuge fliegen immer wieder unter diesen Schilden hindurch und weichen ihnen aus. Ein 2,25 Minuten langes Video, das von einer Angriffsdrohnen-Einheit namens Bulawa veröffentlicht wurde, zeigt fünf Drohnenangriffe auf T-72-Panzer, mehrere Angriffe auf Mannschaftstransporter und Drohnen, die auf zurückweichende russische Infanteriesoldaten Jagd machen und in ihrer Nähe explodieren. Russische Militärblogger reagierten auf den gescheiterten Angriff mit heftiger Kritik an den russischen Streitkräften, insbesondere an deren offensichtlicher Unfähigkeit, die Zerstörung von Spezialausrüstung im Wert von Millionen von Dollar durch billige ukrainische FPV-Drohnen zu verhindern. Unter anderem schrieb Maxim Kalaschnikow folgendes. Wieder einmal wurde unsere Kolonne von ukrainischen Drohnen in Stücke gesprengt. Kein Schutz aus der Luft, keine kleinkalibrigen Luftabwehrwaffen, keine Störsender im kleinen Maßstab. Was ist der Zweck dieser Angriffe? Ist der eigentliche Zweck der Angriffe, dass hochrangige russische Armeekommandeure ein entschlossenes Vorgehen verkünden und Medaillen dafür erhalten können, dass sie das Leben ihrer eigenen Leute weggeworfen haben? Wladimir Soloviov, der Chefpropagandist des Kremls, rief da so auf, jeden zu eliminieren, der die Realität der Angriffe öffentlich macht. Soloviov antwortete, daraufhin auf seine Kritiker. Die kritischen Militärblogger scheinen mit ihren Kommentaren Unterstützung von Präsident Putin selbst erhalten zu haben. Am Tag zuvor hatte Putin Folgendes erklärt. ... ...